Ich bemerke immer wieder, wie meine Kursteilnehmer gleich zu Beginn schon kreativ sind und ihre eigenen Ideen umsetzen wollen, um auf ihre eigene Art zu zeichnen. Neurographik ist aber eine strukturierte Methode, mit der wir sehr viel bewirken können, um unser Leben positiv zu verändern. Wie alle anderen Methoden hat Neurographik ihre Regeln, die gelernt und angehalten werden sollen. Deswegen hab bitte Geduld und folge meine Anweisungen. Es ist wie in der Schule, wo wir auch zuerst die Buchstaben und ihre Schreibweise lernen müssen, bevor wir einen Satz und später vielleicht einen Roman schreiben können. Wie in der Kunst im Allgemeinen brauchen wir auch in der Neurographik nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Achtsamkeit und Feingefühl. Bei der Neurographik ist es ganz besonders wichtig, vollkommen im Prozess zu sein. Wir malen nicht einfach schöne Bilder, sondern wir führen einen Prozess. Wir lenken unser Leben in eine gewünschte Richtung. Wir gestalten unser neues Leben. Das ist ein Prozess, der durch unsere neurographische Zeichnung sichtbar wird. Also es ist wichtig, vollkommen im Prozess zu sein. Und im Prozess zu sein heißt es, du achtest auf dein Befinden. Du achtest auf deine Gedanken, auf deine Emotionen, auf deinen Körper, der dir sie zeigt. Du wirst es lernen und ich werde dir natürlich dabei helfen, auf deinen Körper, Geist und Seele zu achten. Ich zeige dir genauer Vorgehensweise, damit du nach diesem Basiskurs selbstständig und ohne fremde Hilfe dieses universelle, hocheffiziente Instrument der Neurographik nutzen kannst und das in jeder Situation, die sich für dich nicht besonders gut anfühlt und zu jeder Zeit, wenn du einen Bedarf nach positiver Veränderung spürst, nutzen kannst.